Was ist das für die Hilfsorganisationen? Ich fand es immer schon gut, dass es so viele Hilfsorganisationen gibt. Und dann habe ich mal an einem Event vom Roten Kreuz getroffen und dann hat es sich so ergeben. Was ist das für die Hilfsorganisationen? Ich finde es sehr wichtig, dass man einander hilft und dass es vor allem auch Organisationen gibt, die den Leuten helfen können, vielleicht auch in anderen Ländern, die sich nicht selber helfen können. Was ist das für die Hilfsorganisationen? Ich kenne es selbst vom Sport her, wo es eigentlich an jedem Wettkampf ein Ritter vor Ort hat. Ich finde es sehr gut, dass, falls mal etwas passiert, die richtigen Leute vor Ort sind und richtig handeln. Was ist das für die Hilfsorganisationen? Ich habe zum Glück kein Verständliches Erlebnis, das Holz anlängen. Ich hatte wirklich Glück, dass es nie etwas Schlimmeres passiert ist, an dem ich dabei war. Was ist das für die Hilfsorganisationen? Ich hoffe, ich kann die Leute ansprechen, die so klein wie ich, aber auch jüngere Leute zum Teil, die sich denken, das sind gute Dinge, die sie nicht wirklich machen. Und dass sich die Leute denken, okay, jetzt mache ich mal mit. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Vielen Dank.